Hi, ihr Wynn. Seid gegrüßt, junge Dame. Ihr seid Dankans neueste Rekrute, nicht wahr? Er ist kein Mann, der leicht zu beeindrucken ist. Ihr solltet stolz auf euch sein. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Wynn. Eine der Magierinnen, die der König hierher gerufen hat. Das freut mich zu hören und ich freue mich auch, euch kennenzulernen. Es ist mir wirklich eine Freude und ich wünsche euch viel Glück auf dem Schlachtfeld. Genau genommen wünsche ich das uns allen. Tja, du siehst nicht aus wie eine Kämpferin, aber ich frage trotzdem mal, wirst du an der Seite des Königs kämpfen? Nicht direkt. Die grauen Wächter stehen an vorderster Front, nicht die Magier. Aber auch wir haben unsere Aufgabe. Um die Dunkle Brut zu besiegen, müssen wir zusammenarbeiten. Allerdings scheinen das noch nicht alle begriffen zu haben. Tja, hast du schon mal gegen Dunkle Brut gekämpft? Ja, gegen Nachzügler. Nicht gegen die riesige Horde, von der die Speer berichten. Ich frage mich, wie viel wisst ihr über die Verbindung zwischen der Dunklen Brut und dem Nichts? Jo, eigentlich weiß ich da nicht so viel davon, aber offensichtlich weiß ich, dass der Nichts der Ort ist, an dem man geht, wenn man träumt. Interessant. Jedes Mal, wenn euer Geist euren Körper verlässt, ob im Traum oder im Tod, betritt er das Reich, das wir des Nichts nennen. Es beheimatet viele Geister. Manche von ihnen sind freundlich und andere eher nicht. Im Herzen des Nichts liegt die schwarze Stadt. Was ist denn die schwarze Stadt? Hm, interessant. Und ist die auch wahr? Vielleicht ist sie nur ein Sinnbild, das uns lehren soll, dass das Böse in uns menschliches Leid verursacht. Vielleicht ist es aber auch die Wahrheit. Im Moment ist diese Erklärung für mich genauso gut wie jede andere. Jo, hast du denn keinen guten Rat für mich? Einen Rat? Niemals. Ihr Jungen wisst sowieso alles, was es über die Welt zu wissen gibt. Warum solltet ihr einen Rat von einer Älteren wollen? Aber ich bin mir sicher, dass Duncan mehr für euch zu tun hat, als euch mit mir zu unterhalten. Bestimmt hat er das, aber das ist nicht so eine Tatsache, dass man sich unterhalten kann. War ich hier schon? Ja, hier war ich schon. Gut. Latschen werden mal gepflegt hier rüber. Ein besänftigter. Und eine verschlossene Truhe. Willkommen, junge Frau. Ja, wer seid ihr? Ich bin einer der Besänftigten. Ich gehöre dem Zirkel der Magie an. Aber anstatt Zauber zu wirken und Bücher zu lesen, verbringe ich meine Zeit mit Verzauberung. Es ist ein zeitaufwendiger Prozess, aber von unschätzbarem Wert. Der Zirkel verdankt seinen Reichtum, den Verzauberungen. Durch Nächstenliebe allein würden wir nicht überleben. Entsprech ziemlich seltsam. Ja, warum denn bloß? Lasst es mich folgendermaßen ausdrücken. Wisst ihr, warum magiebegabte Wesen gefürchtet werden? Äh, weil die Kirche Magie für eine Sünde hält? Hört sich sehr plausibel an. Sie hält nicht die Magie an sich für eine Sünde. Sie sagt nur, dass sie zur Sünde führt. Und diese Argumentation ist nicht unbegründet. Diejenigen, die über magisches Talent verfügen, ziehen Dämonen und Geister an. Es ist leicht, Besitz von uns zu ergreifen. Und dann werden wir zu den Schreckensgestalten, die als Abscheulichkeiten bekannt sind. Selbst jene mit begrenzter Begabung ziehen hungrige Geister an. Jeder, der die Macht besitzt, kann von diesen Dämonen die Blutmagie erlernen. Deshalb hält man uns für gefährlich. Das ist unser Fluch. Deshalb wurde ich zu einem Besänftigten gemacht. Meiner Emotionen und Talente beraubt, stelle ich keine Gefahr mehr dar. Das klingt ziemlich abscheulich. Es mag euch so erscheinen, aber ich empfinde kein Grauen. Ich bin zufrieden, auf meine Weise dienen zu können. Äh, ich empfinde durchaus Mitleid. Ja, ich empfinde nichts. Wie der Name schon sagt, ist mein Leben ziemlich sanft und friedlich. Ich bin am Leben, produktiv und für niemanden eine Gefahr. Das kann man kaum als schrecklich bezeichnen, oder? Vielleicht sollten wir uns über etwas anderes unterhalten. Braucht ihr Hilfe? Tja, was genau ist eine Verzauberung? Sie bezeichnet den Prozess, magisches Lyrium in Gegenstände zu übertragen. Die Zwerge waren die Ersten, die diese Technik angewandt haben. Die Besänftigten haben ihre Runen gelernt. Und wir verwenden sie, um eine Vielzahl magischer Effekte zu übertragen. Wir erschaffen glühende Lichter, ebenso wie Zauberstäbe und Flammenschwerter. Die Ironie daran ist vielleicht, dass die Trennung von unseren früheren Talenten uns erlaubt, auf diese Weise mit Lyrium zu arbeiten. Ein wahrer Magier wäre dazu nicht fähig. Was für Verzauberungen gibt es? Es gibt Runen, die die Macht der Elemente enthalten, und andere, die Stärke und Schnelligkeit verbessern. Mit genügend Können und Lyrium kann jedem Zauber Beständigkeit verliehen werden. Je größer die erforderliche Macht ist, desto teurer ist natürlich auch die Herstellung der Runen. Wahre Macht hat ihren Preis, wie wir alle nur zu gut wissen. Vor allem fordert Macht auch ihren Preis, aber ich sollte jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Stratzen wir mal hier hoch. Jetzt hier noch irgendwas Schönes. Ah, da ist unser Questziel. Dann gehen wir da mal noch nicht hin. Gehen wir erstmal hier runter. Das ist der Kriegsrad. Schön, euch zu sehen. Ja, schön, dich zu sehen. Auf der Zeit. Euch flackern da die Kleidung. Das sieht ja sehr lustig aus. Und noch eine verschlossene Truhe. Also, kann ich dir irgendwelche letzten Wünsche erfüllen, bevor du dich in den Kampf stürzt? Das Leben zieht nur so an uns vorbei, weißt du? Schon morgen um diese Zeit könnte dein hübsches Gesicht einen Speer der dunklen Brut zieren. Darf ich diesen stummen Blick als Nein deuten? Und wirklich zu schade. Mensch, Deveth. Das war aber eine plumpe Anmache. Also, du bist anders, als ich gedacht hatte. Tja, was hast du denn erwartet? Nun, bestimmt keine Frau. Und doch bist du hier. Mein Name ist Deveth. Es wird auch Zeit, dass du hier auftauchst. Ich hätte schon fast gedacht, sie hätten dieses ganze Ritual nur erfunden, um uns was zum Nachdenken zu geben. Ähm, warum weiß hier jeder, wer ich bin? Das ist ein bisschen merkwürdig. Und der Junge scheint irgendwie paranoid zu sein. Ha, das hängt davon ab, was für ein Leben man geführt hat. Ich für meinen Teil bin absolut bereit, diesen Beitritt als eine Art Strafe anzusehen. Ich bin letzte Nacht ein bisschen im Lager herumgeschlichen und da habe ich ein paar graue Wächter reden hören. Also, habe ich eben ein bisschen gelauscht. Ich glaube, sie planen uns in die Wildnis zu schicken. Das ist ja jetzt nicht so schlimm, oder? Kannibalen, Monster, Hexen und jetzt die dunkle Brut? Was ist daran nicht furchterregend? Das ist mir alles viel zu geheimniskrämerisch. Dann zuckt mir die Nase. Ich schätze mal, wir müssen abwarten, was kommt. Als ob wir eine Wahl hätten. Also, ich freue mich da drauf. Ich habe da nichts gegen. Du klingst genauso wie der komische Witter. Naja, wenn du meinst. Aber egal. Es ist wohl Zeit zu danken, zurückzukehren. Ich würde da sein, falls du mich brauchen solltest. Tschüss, lieber Devers. Alter Vater, was ist denn hier mit den Texturen los? Habt ihr hier irgendwo eine Elfin gesehen? Eine junge Frau mit roten Haaren, die eine Kettenrüstung herumträgt? Nein, das habe ich durchaus nicht. Verdammt! Wo ist sie nur hin? Wehe, wenn die Rüstung bei ihrer Rückkehr nicht ausgebessert ist. Beim Erbauer, dann werde ich... Oh, verzeiht mir meine Manieren. Ich bin sicher, meine Probleme interessieren euch nicht. Ich bin der Quartiermeister. Seid ihr hier, weil ihr Ausrüstung benötigt? Also dieser Grafikpack sieht echt lustig aus. Brauchst du Hilfe bei der Suche nach diesem Mädchen? Ich bin mir sicher, dass ihr Besseres zu tun habt, als für mich durch die Gegend zu laufen. Ich finde sie schon. Gut. Welche Art von Ausrüstung hast du denn? Vor allem Waffen und Rüstungen. Sie sind für die Männer des Königs gedacht, aber ihr grauen Wächter könnt alles zu günstigen Preisen kaufen. Ich kann euch außerdem mit einigen... anderen Waren versorgen. Vollkommen inoffiziell natürlich zur Stärkung der Moral. Versteht ihr? Hm, das hört sich gut an. Aber zeig mir erst mal deine Waren. Sagt mir einfach, was ihr gern hättet. So, was haben wir denn hier? Langbogen behalten wir halt nur mal. Und das Großschwert können wir auch noch gebrauchen. Der Rest kann erst mal weg. So. Der ganze Leder-Scheiß, den kann man erst mal sellen. So viele Schilden braucht man dann auch nicht. Aber dieses High-Ever-Schild heben wir mal auf. Das ist ganz cool. Mein Helm, mein Helm, mein Helm. Schuppen-Rüstungshandschuhe. Wir haben doch schon eine Schuppenrüstung. Da kann man sich mal Handschuhe und Stiefel zukaufen, würde ich mal behaupten. Das ist doch, glaube ich, nicht zu schäbig. Oh, da sind wir auch schon wieder pleite, wie ich sehe. Ach, die Ringe kamen auch weg. Braucht ja kein Mensch. Eine Falle, ein Knochen, ja, ein leeres Pergament. Heben wir es mal auf. Wollen wir den Kram verkaufen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ja, gib ihm. Er braucht schon diesen Rotz. Da kann man zurückkaufen, gut. Und legen wir doch mal unsere neu gewonnene Ausrüstung an. Zack und zack. Jetzt können wir den Kram eigentlich auch noch verscherbeln. Ich denke, das werde ich auch glatt machen. Da seid ihr ja wieder. Braucht ihr etwas vielleicht? Ausrüstung? Ich kann mir jetzt mal die anderen Waren angucken. Solange ihr es für euch behaltet? Solange wir es für uns behalten. Das lässt ihr einiges erahnen. Ein langen Bogen aus Escher. Nicht schlecht, aber der ist ein bisschen teuer. Oh Gott, 5 Gold. Hallali. Hier noch irgendwas Schönes? Schwere Kettenrüstung. Auch nicht schlecht. Allerdings alles ein bisschen teuer noch. Ja, dann lassen wir das erstmal, würde ich behaupten. Können ja später wiederkommen, wenn wir Gold haben. Wo geht's hier hin? Ein Soldat. Oh, hier ist das Krankenlager. Hallo Amme. Ihr werdet hier nicht lange bleiben wollen, Wächter. Die meisten dieser Männer wurden vom Blut der Dumm und Brut verdorben.